hallo und jetzt kommen meine lieben Freunde zu minecraft episch und in dieser Folge werden wir weitere Stunning klatschen Prozent dazu werden wir uns ein bisschen vorbereiten wir brauchen um wir gehen einfach mal direkt hin ich hab soweit alles mit wir gehen das dahinten habe ich ja gestern auch in der letzten Folge gesagt und ja mal gucken wie wir das so hinbekommen ob wir den können oder nicht wer weiß wer weiß wir machen dann wir machen dann das Redstone Zeug in der nächsten Folge weiter und ja eigentlich hier ok das ist so irgendeine Gestalt keine Ahnung ähm ähm dahin bam 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 w w um wir sind wir haben nicht davon auch um 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 nicht 4 so ich die Maschine die Metz hoch da da um und den es gibt hier nicht nicht zu wenig kann man ja nicht gedrucken als ich habe dann immer mal zu sehen das mann mehr mehr und und die um um ja ich komme schon ja ja und ja Das ist doch da hinten irgendwo. Da ist er, hallo, moin. Was heißt das, aber jetzt kommt der Scheiße. Gott, hier ist irgendwas kaputt gegangen. Ähm, das kaputt gegangen. Okay, gehen wir wieder hoch. Ähm, hui. So. Es sieht ein bisschen aus, als ich hier gleich stürmte, aber ich hab's ja eigentlich ausgestürzt. Also, ach, wir teleportieren uns eben mal schnell, haus. Perfekt. Wir haben weitere Diabs. Fünfzehn Diabanden. Okay. Ähm. Man, das ist hier viel drin. Genau. Nein, passt da nicht rein. Das krieg ich jetzt Zeug. Perfekt. Gut. Ähm. Gehen wir weg. Nein. Seid, kein Sturm. Nur hier so war. Ja. So. Äh. Gut, wir sind eigentlich, ja, wir haben, ja, wir haben, ja, wir haben, ja, wir haben alles fertig. Wir gehen jetzt nochmal, äh, tucken, nach, unserem Stuhl, der Fahrstuhl, der, ja, ne, der auch nicht so weint. Jetzt kann man die da ran packen können. Und. Reingetan genau. und für uns dann noch hier ein wunderbar im Kiel dritten gemacht als das so gemacht Wunderbares Zeug Dann hast du hier den Fahrstuhl Perfekt Gut ähm Nun jetzt ähm Ja Wir brauchen halt Weitere Slime Was? Ich brauche Hab ich denn das Honig? Hier Ich brauche mal das Honig Ich mach mal es hier wieder ein paar rein Mach mal ein Stück Dann kriegt man Zehn weitere Dinger So Dann kann man da Perfekt Dann kann man daraus hier Schlapp machen mit der Maschine Ähm Da kann man hier rein Okay Dann hab ich mich verteilt Egal das machen wir jetzt eben schnell die Slimes und so Ähm Ähm Ja Ja Ne So 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 Okay Okay Perfekt Okay Jetzt haben wir das ja gemacht Jetzt ähm Das brauchen wir eigentlich ganz Darauf kann man ja ganz äh ganz äh äh Unterschied Kann man Ähm Schlafen Schlafen So Ähm Wer sind Wir haben ja jetzt gebaut zu Zurufe Wir haben ja eine Zurufe 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 Die eigentlich Wir brauchen Eigenschaften nicht mehr Zurufe Zurufe machen wo ich den jetzt machen kann ja die schwierig schwierig gebrauch müssen ein das hat die aufgaben wir wollen jetzt in der Konzertmann ich weiß nicht ob da hat sich um die um ähm ähm nur die das Konzert war ein kleiner Fehler ähm jetzt brauchen wir Tinkerskontrakt ähm so äh jetzt brauchen wir noch Clay wir brauchen einen ähm wird 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 okay gut äh 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 wir brauchen wie kriegt man Clay keinen Plan ähm wir müssen jetzt mal Clay finden werden ähm ähm ja keine Ahnung jetzt würde ich aber erstmal die Folge beenden denn denn wir gehen das braucht schon lange ähm und ja wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann weiter und weiter so weiter und sofort heute wird jetzt will das war's mit dem video ich bis zum tschaui das war's mit 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 das war's mit